Kommt zurück bitte, Vorsicht, wir starten. Oh, das war wirklich ein Skill. Jetzt kommt er in die Kontakte. Wie sieht es aus, hier seien die alle gut drauf. An die Fieber, wo sind die Hände? Alles klar, jetzt gehen wir auf die Augen. Komm, 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 komm. Schnapp nach die Mitte. Es geht um die Karriere, es geht um die Ränder durch den Pestier. Ja, wir sind die Ränder. Ah, wie sieht's aus? Wollt ihr noch ein? Nein! Jetzt wollen wir noch mal in den Schwung wiederlegen. Das ist ein Schlauch. Das ist ein Schlauch.